und zum会i heute herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft mit dem farby aca jordan ja keine reise an der ist bloß wie happy das letzte mal wo ich meine get想nahmen hat war vor vier monaten das tut mir leid ja wir spielen heute mal der mission und schon wieder ein spaß für mich das zu kaufen in deiner party alle nach vier monaten mein mein kopf wieder aufgenommen danke copywärt rechner na gut innozent wer hätte es gedacht Alter, du hast gar keine Hintergrundmusik. Du hast gar keine Hintergrundmusik. Du bist jetzt meine Hintergrundmusik. Du bist jetzt meine Hintergrundmusik. Du bist tot. Er hat dich gekillt. Folgen. Mörderer. Amix Gary. Amix Gary. Der Larry. Das ist Gary Mary Larry. Alter, Junge. Jetzt geben wir ihm den Silberfüß nach. Oh, da ist er. Oh, ich bin tot. Woher kommt das Lied eigentlich? Der Root Sandstorm. Schlimm Sandstorm war das hier. Das ist ein finnisches Lied aus Sandstorm. Äh, das ist ein... Mann! Das ist ein finnisches Lied aus Finnland. Sonst wäre es nicht finnisch. Das ist ein finnisches Lied aus Finnland. Das ist ein finnisches Lied aus England. Das ist ein englisches Lied aus Finnland. Das ist ein englisches Lied aus Finnland. Das gibt's. Es gibt auch finnische Lieder aus England. Aber das ist natürlich nur unwahrscheinlich. Ja, Freunde. Danach, Freunde. Du sagst, wie geht's euch? Was habt ihr so in den vier Monaten... Äh, Minecraft Pause? Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Ohne müssen sie fast reden. Ja, nein. Ich hab's nicht nach Ferien. Ich hab auch keine Ferien. Nächsten Ferien sind bei mir erst ein paar Wochen. Nein, nein. 4. Dezember 18.37. Ja. Hi, hier bist du. Hi. Live aus dem Fami-Studio. Live aus dem Fami-Studio. Oh, live aus dem Fami-Studio. Hey, join im Discord von Fami. Das ist... ja... Mach das. Mach das einfach. Das ist wichtig und richtig. Mein Discord sollte auch joinen, ja? Ja, mein Discord... Hab ich überhaupt noch einen Discord? Perfekt. Join ihn einfach auch. Egal, ob er noch lebt oder nicht. Mach das einfach. Mach das einfach. Wenn's keinen gibt, join trotzdem. Wenn's keinen gibt, join trotzdem. Und abonniert natürlich diesen Kanal. Ob ihr's wollt oder nicht. Ihr macht das. Und dann natürlich ist der Link zu meinem Kanal... Sonst kommt Fabi zu euch nach Hause. Und macht das für euch. Ich mach jetzt Fisco nach, Alter. Der Link zu meinem Kanal ist natürlich... Ganz unten, ganz oben. Ganz unten, ganz oben, ganz links, ganz rechts. Und ganz hinten. Weil unten ist die Videobeschreibung... Also die Videobeschreibung ist unten, ganz oben ist der Link. So, weißt du? Ich hab grad überhaupt... Unterstrich Marie unterstrich 2 Hat ein EPIC GIFT gefunden. Epic. Epic Games. Epic Games Studio. Oh mein, EPIC aus. Ähm... Ich weiß nicht, der mich getötet hat. Ich hab's nicht gesehen. Der hat auf jeden Fall ein F. Aufm... Ein F. Ein F. Ein F in den Chat. Er wollte das assoziieren. Was heißt... Ich sag immer assoziieren. Aber ich glaub, assoziieren heißt was andere... Da ist er. Ich glaub, assoziieren heißt... How long do you see rein? Was? How long do you see rein? Nein. Hä? How long do you see rein, alter? Ja, ich weiß doch nicht. Das hab ich eben verstanden. Ich bin 19% mehr. Ich hab gesagt... Ähm... Ich hab gesagt... Ähm... Du... Oder isser, dann lauf ich erst mal rein. So... Oder isser. Ja, gut. Innocent. Ja. Innocent. Inno brennt der Inno. Was? Ich hab keine Ahnung. Was ich hier schon wieder laber? Ich laber hier schon wieder nur Müll. Das Video startet. Es ist in 5 Minuten rum und ich laber schon wieder nur Müll. Ja, deswegen wisst ihr, warum keine Videos mehr kommen. Aber natürlich, weil mir dieses PC Probleme gemacht hat, ne? Ja. Natürlich, weil mein PC... Natürlich, weil mein PC Probleme gemacht hat. Äh... Es ist... Ähm... 18 Uhr 39. Samstag. Dom... 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 Domins 32, das ist. Ist es, ja? Oh, scheiße. Just. Oh, scheiße. Ich hab... Ich hab... Just! Do it! Just! Du! Mörder. Hat der sich gerade selber... Du. Ich hab mich... Ich hab mich... Schöne Ferien. Ich hab keine fricken Ferien. Digga, was ist denn... Digga, was ist denn... Was ist denn los? Happy Holidays! Ja, gell! Haben die in England jetzt schon Ferien? Happy Holidays ist, glaub ich, eher auch unter anderem sowas wie schöne Weihnachtstage oder so. Bei mir steht schöne Ferien. Ja, bei mir steht Happy Holidays. Ja, Holidays kann auch Wochenende sein. Kann auch Ferien, kann auch... Kann auch Feiertage sein, kann auch... Kann auch Feiertage sein, kann auch... Kann auch Puff gehen, oder? Ja... Ja... Dann bist du auf alle Fälle auch happy. Haha... Ich hab mein eigenes... Du hast ne eigenen Puff? Naja... Hast du das eigentlich gesehen? Ich hab von so einem Typen so ein Lost Place gefunden, wie wir guckt. Ähm... Die waren in so einem verlassenen Puff. Da wurde von der Polizei so evakuiert, weil da einfach 1200 Marihuana pflanzen waren. Was? Das waren irgendwie 6 Räume, alles voller Marihuana pflanzen. Was zur Hölle? Okay. Wenn ich auf meine Statistiken gucke, die bleiben die ganze Zeit dauerhaft gleich... Egal was ich tue, die bleiben einfach immer gleich. Bei mir sind sie runtergegangen, weil ich keine Videos gemacht habe, aber... Die Leute... Die Leute sind einfach zu faul zu abonnieren. Deswegen abonniert. Selbst wenn ihr zu faul seid, macht das trotzdem. Wenn ihr auf meinem Kanal abonniert, dann seid ihr um 1% schlauer. Äh cooler meine ich. Und zu 1% dümmer, aber... Das ist interessant, ne? Was wärst du lieber? 99% dumm oder 99% schlau? Ich wär lieber 99% schlau. Wenn du 99% schlau wärst, ist 1% dumm. Ja, ich glaub so ging der Spruch ursprünglich. 1% dumm. Ja, ich war auch ein bisschen dumm. Ja, ne? Ich wollt grad sagen, hä, 99% schlau oder 99% dumm? Da ist ja klar, dass man schlau nimmt. Weil es ist ja, hä? Wolltest du dir sagen, der Spruch ging doch irgendwie anders. Ja, ich bin müde, man. Ich hab nicht viel geschlafen. Digga, du bist erst seit 5 Stunden wach. Äh... Ey? Ja. Bis heute 12 Uhr bist du heute Morgen aufgestanden. Ne, 6 Stunden bist du wach. Oder? Warte mal. 6 bis 2 sind 8. Ja, seit 6 Stunden bist du... Äh... Ja, ich hab aufgeschlafen. Ja. Und ich bin wach seit... seit 11 Stunden. Ich bin einfach... Ich bin einfach 6 Stunden länger wach als du. Ja, Junge, ich bin auch um halb 4 Pennen gegangen. Ja, ich muss noch. Ja, wo gesonsten? Ich hab mit halb 4... Digga, was sind das eigentlich bei Hypixel für große Betten, Alter? Das ist so ne... Ich hab... Dann hab ich... Dann hab ich irgendein YouTube-Video gefangen und meine Eltern kamen irgendwann noch nach Hause. Hm... Dann war ich immer noch Pennen. Hä, wer war das denn jetzt? Ich glaub das ist... Äh... Oh... Snap L. Glaube ich. One eye is open when I'm sleeping. One eye... Oho... Tannenbaum? Bei den alten Nokias gab es immer so nen Internet-Knopf, Du warst einmal draufgedrückt Guthaben-Leer. Echt? Ja. Also wenn man da draufgedrückt hat, stand da Guterhaben-Leer... Guterhaben... Guterhaben... Äh... Guthaben-Leer oder wie? Nein! Aber in... Du hast dich mit deinem... Geld, was du auf diesem Nokia in dir hattest, mit dem Internet verbunden. Das ist scheiße teuer gewesen damals. Loll. Okay. Das heißt direkt war das ganze Guthaben-Leer, wenn du dich hier verbinden wolltest. Loll, Loll. Ich mein jetzt grade holst du dir vielleicht für einen Monat ne Flat, Digga? Das ist die beste Investition in Nokia. Glaub mir. Weil das kann... Das ist unzerstörbar. Da brauchst du keine Schutzfolie mehr. Ja. Weil... Wisst ihr, was noch ne bessere Investition ist? Äh... Ne Panzerhülle... Um ein Nokia. Aber ich glaub dann... Das ist kein Nokia mehr. Ne, dann ist es so robust, dass es dann schon wieder unrobust ist. Dann... Ja, ein Paar von 7 Millionen. Oha, ich bin Detective. Ey. Kann. Ah ja, du musst es mir auf Discord schicken, weil, äh... WhatsApp mein Handy ist aus. Okay. Warum ist dein Handy aus? Weil es leer ist. Ähm... Ich? Ja. Ähm... In einem Haus. Wieso? Ja, wie ist die Stimme! Lalalalalala... Digga! Als ob du es warst! Und ich war Detective! Digga, warum werden wir immer zugleich irgendwie gegensätzliche Rollen, oder? Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala... Grüße gerne raus an alle Italiener. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala... Schreibt mal in die Kommentare, wer aus anderen Ländern außer Deutschland mit mir zugehört guckt. Ich hab auch schon... Ja... Ich hab... Tatsächlich hat... Hat irgendwann mal... Irgendwie mal ein Engländer mir in die Kommentare geschrieben... Nee... Ne... In England... Ich hatte mal... Ich hatte mal... Ein... 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 Ich hatte mal einen Live-Twin auf YouTube. Ja, ich war halt in der Zeitpräsentierung, da waren Russe reingekommen. Okay. Junge, ich rasiere gerade alle weg. Junge, Steve, werf keine Schneebel auf mich. Ja, du stevie. Ich finde es wirklich schade, dass dieser Skin so... ...gedisrespektet wird. Disrespektet wird er nicht, wirklich. Naja, so ausgeschlossen oft. Das geht. Die werden eher mehr ins Team eingetragen. Naja, nee, so... ...irgendwie bei Rollenspiele oder so, dass halt... Ja gut, bei Rollenspiele kann ich das vielleicht noch verstehen, aber so... ...generell No-Skins bezeichnet wird, wie so... ...quasi wie ein Fortnite, so... ...das ist so... ...ja gut, beim Stevie ist das noch nicht so krass. Oh. Aber ich finde das, ich finde das schade, dass... Ich hab alle getötet. Lol. Aber ich finde das schade, dass eben dieser Stevie, dass der so... ...disrespektet... Ja, man kann schon sagen, disrespektet wird. Doktor Disrespekt. Doktor Disrespekt. Weil Stevie... Also, komm, ne. Sollen wir noch eine Runde machen? Ja, klar. Hä? Wie viele Minuten sind wir jetzt schon? Auf 0,23 Minuten. Ich hab im Grunde 17 Minuten schon dran. Du hast 17 Minuten, warum hab ich... Achso, äh, ja, ich hab ein bisschen davor schon. Hm? Diese Map, Alter. Ich bin Innocent natürlich, wie der Inno brennt, Innocent. 100% Inkomitein. Irgendwie so ging das. Irgendwie sowas ging das. Irgendwie sowas ging das. Termtusse sowieso, schneller geht's mit Malboro. Rauchen ist nicht gut, Freunde, rauchen, gra... Ich hab nichts gegen Obdachlose. Nee, ich auch nicht... Oh, grad wollt ich's... Nee, ich auch nicht. Nee, ich auch nicht. Ich hab den... Ich hab den... Raumauf. Alter, das muss ich mal erzählen, mein Onkel hat damals... einem Obdachlosen ein Brötchen gekauft. Und der Obdachlose wollte eigentlich nur Geld haben. und der Obdachlose hat dieses Brötchen genommen und mit meinem Onkel ins Gesicht gefletscht, Alter. What? Oha. Okay. No disrespect. Das ist schon ganz schön krass, also, dass man dann sowas halt nicht annimmt. Okay, ja, das ist halt schon ein bisschen hilfender, sag ich mal, aber trotzdem. Einmal, also ich hab noch nie wirklich was an Obdachlosen gespendet. Ich hab noch nie einen Obdachlosen gesehen. Ähm, Digga, ich war mit Semmy und so, war ich mit dem so in der, in der Stadtsau rumgeschillt, ne? Also ich wohne ja auf einem Dorf. Ich auch. Aber, ähm, ich, ich war, ich war in der Stadt, die ist ja nicht weit weg, halbe Stunde oder so. Ich mach 20 Minuten im Auto, Digga, und, ähm, Alter. Seid ihr Stadt- oder Dorfkind? Schreibt's mir mal in die Kommentare. Ähm, und, äh, ich war, wir waren so, waren so kurz bei Edeka, Digga. Dann sind wir so auf dem Weg zurück, sind durch diesen Tunnel da gefahren, äh, wo es wieder, äh, sag ich mal, in die Innenstadt reingeht. Also, das ist so eine Connection, du weißt du, du gehst durch den Tunnel, ist da Edeka und der ganze Stadt, so Mediamarkt und so. Okay. Ähm, ja. Auf jeden Fall, ähm, dann gehen wir da so durch, dann schildert so ein Obdachlosen aus der Straße und Semmy schreit, NICHTS GELD! Ah, ja, okay. Ne, tatsächlich, also, es kann sein, dass ich schon mal eingesehen hab, aber ich kann mich nicht mehr so richtig dran erinnern. Guckelnspieg. Hey! Ne, aber das Ding ist, äh, auf dem Dorf gibt's halt keine. Sie sind halt meistens eher so in der Stadt, also. Gut, äh, die nächste Stadt ist von mir jetzt auch so, eine halbe Stunde oder so. Ne, oder? Ne, doch nicht, Alter. Ich dachte gerade. Was? Dass ich ein Mörder bin? Nein. Also, man muss halt wirklich aufpassen, was man hier jetzt sagt, ne, auf YouTube und so. Ich hatte nur gerade ein, äh, ein Aufnahmeproblem. Ich dachte, ich dachte gerade, mein Microtik hat nicht aufgenommen, aber alles gut. Achso, okay. Ja, ansonsten hätten wir einfach die Tonaufnahme verhängt. Hab ich gerade eben, da habe ich gerade noch gesagt, eine Runde? Ach, egal. Dann machen wir die hier noch. Dann machen wir noch eine. Dann machen wir noch eine. 30 Minuten darf's maximal gehen. Dann 19, 93. Oh, mäßig fliegt jetzt hinterher. Du bist der Detective, oder wie? B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. Ah, ja, Stevie. Hier ist der Bogen ausgesammelt. Ah, hier ist Deadpool. Deadpool Ey lass mich schreien Danke Deadpool hat mich beschützt Obwohl er mich eigentlich töten wollte aber egal Wo ist Craig Ja Bizzy das war's glaub ich von der Alpha Army ne? Ne Eine Runde mach mal Ich hab miese meinen PC Ich muss das auch noch hochladen scheiße Ja diese eine Runde Ja Digga ich nehm schon seit 20 Minuten auf Ja ich auch Aber Ich meine ich muss bestimmt wieder Ein bisschen was rausschneiden oder so Ah hier ist Deadpool wieder Was ist eure Lieblingsserie? Schreibt es in die Kommentare Wie hab ich heute schon gesagt Schreibt es mir in die Kommentare Lieblingsserie kann ich dir meine sagen Mh Breaking Bad Waking Bad Was ist denn das? Also ich hab das schon gehört aber ich hab das nicht geguckt Ne? Hab generell auch solche Serien wie Walking Dead oder so Hab ich auch nicht geguckt Äh das ist so ein Typ der Kann Drohungen kochen oder keiner ziemlich gute bla Ja Apropos ich muss es vielleicht nur weiter gucken Das ist meine Lieblingsserie Das ist meine Lieblingsserie Serien hab ich tatsächlich gar nicht Äh so welche Also ich hab gar nicht Hab ich tatsächlich gar nicht Also da hab ich eher Lieblingsfilmer als wir Kann euch Bully Herpes sehr empfehlen Also das Shoot das Manitou oder so Super Bully Herpes Herbich Bully Herpes Wer denn? Äh Petra 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 geh weg 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 Petra Ich hab die gerade mit einer Toilgern abgeschossen Petra 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 die wollte mich gerade umbringen Petra To that note To this note To this note Oh Petra geh weg Oh Scheiße Meine nein ich möchte noch eine Toilgern haben Bitte einmal Toilgern mitnehmen Geleck Ne Ah der hat sich Ja 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 Ich glaub das war's vom Video Easy Ja ähm Wenn ihr mehr sehen wollt Dann Abonniert Aktiviert die Glocke Und lasst ein Like da Ne Wie immer So schön rein Schön rein Schön rein folgen Damit es mehr solcher Videos gibt Damit es mehr Videos mit Fabio mehr gibt Ne Sonst sonst Jo Ähm Haut rein Leute Bis zum nächsten Video Vergesst nicht zu abonnieren und zu liken Und einen Kommentar zu schreiben Und Wie sie Bis in vier Monaten ne Ne Äh Keine Sorge es kommt davor noch was Ähm Es sei denn Ihr abonniert nicht und ihr Und ihr schreibt keinen netten Kommentar und ihr liked nicht Dann Dann äh Siehts kritisch für euch aus Denn dann müsst ihr wieder ein paar Monate warten Ah Haut rein Leute Bis zur nächsten Folge Und Tschüssikowski Haut rein Ciao Out